Übrigens, Leute, der Sound in dem TikTok ist mein eigener Sound. Ihr könnt ihn alle benutzen, geht richtig ab. Dieser Sound ist extrem wichtig. Gönnt euch das neue TikTok. In meinen Augen das beste TikTok, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich kann nicht für mein Fame. Hate nicht die Bitch, ich hätte das Game. TikTok, den ich je gemacht habe. Ich bin sehr stolz, dass die Resonanz auch so krass ist. Die krassen Klicks, die Likes, das ist wirklich heftig. Das ist vor zwei Stunden gerade erst online gegangen. Und hat schon fast eine halbe Million an Aufrufen. Das ist krank. Und ihr wisst ja, Boss Bitch ist vorbei. Eure Mami ist jetzt am Start. Und holt euch auf jeden Fall die Box. Die ist limitiert, das wisst ihr. Und die ist nicht für Basic Bitches. Die ist nicht für Basic Boys. Alles nicht erlaubt. No Basic Bitches. Das ist nur für die Baddies. Das ist nur für das. Das ist nur für die Wahl. Das ist nur für die Wahl. Vielen Dank.